Guten Morgen aus Mainz an diesem 23. Juli. Neue Informationen über die beiden Toten aus dem Mainzer Hotel. Der Eicher Altheinsee hat wieder Schwimmqualität und Erdbeereernte der regionalen Obstbauern auf dem Tiefstand. Das und mehr gibt es heute im Podcast. Bei den beiden Toten, die am Freitag im H2-Hotel in der Rheinallee am Mainzer Zollhafen gefunden wurden, handelt es sich um ein Ehepaar. Das haben Staatsanwaltschaft und Polizei am Montagmittag mitgeteilt. Gegen Dritte richte sich kein Tatverdacht, betonen die Ermittlungsbehörden. Die Obduktion der beiden Toten, die die Staatsanwaltschaft zur Klärung der Gesamtumstände beantragt hätte, soll am Mittwochvormittag stattfinden. Die Frau war 26 Jahre, ihr Ehemann 30 Jahre alt. Gegen keine der beiden Personen liegen polizeiliche Erkenntnisse vor. Weder die Frau noch ihr Mann hielten sich nach Angaben der Ermittlungsbehörden als Gäste in dem Hotel auf. Das legt die Vermutung nahe, dass zumindest einer der beiden dort gearbeitet haben könnte. Der Eicher-Altrheinsee hat wieder Schwimmqualität. Dies bestätigten das Rheinland-Pfälzische Umweltamt und Ortsbürgermeister Horst Widder, SPD. Bei Nachmessungen am Donnerstag vergangener Woche wurden keine Spuren von Blaualgen gefunden. Vorher hatte das Umweltamt wegen türkisfarbener Schlieren eine Warnstufe ausgesprochen. Diese enthielten Cyanobakterien, die in einer ufernahen Bucht festgestellt wurden. Eine Massenvermehrung gab es jedoch nicht und das Wasser war schon damals klar und unbelastet. Am Wochenende, besonders am Samstag, strömten viele Menschen zum See. Wir wurden überrannt, sagte Widder. Zeitweise gab es keine freien Parkplätze mehr. Am Samstag wurden insgesamt 613 Autos gezählt, obwohl der Parkplatz nur etwa 200 Plätze hat. Auch am benachbarten Pfarrwiesensee in Gimsheim war viel los. Ortsbürgermeister Matthias Klöß bestätigte, dass der See am Samstag gut besucht war. Zusammen mit dem Hernsheimer Badesee sind der Eicher-Altrheinsee und der Gimsheimer Pfarrwiesensee die einzigen Badegewässer im Landkreis Alzeiworms. Die Wasserqualität ist hier seit Jahren sehr gut, vermutlich wegen der ursprünglichen Förderung von Kies und Sand. Die Mainzer Gastronomie kämpft nach der Pandemie mit einem spürbaren Personalmangel. Benno Frank, Geschäftsführer des Eiskrub Breu, berichtet, dass Studenten seltener in der Gastronomie arbeiten. Durch Homeoffice und Pandemie haben sich viele umorientiert und möchten an Wochenenden und Feiertagen frei haben, so Frank. Auch das Restaurant Citrus musste wegen Personalmangels im Juli schließen. Eine Mitarbeiterin eines Altstadtrestaurants bestätigt, wir finden keine Leute mehr. Während der Pandemie hätten sich viele eine andere Arbeit gesucht. Martina Rocker von der Stadthaus-Schenke bemerkt eine Verschlechterung der Bewerberqualität seit der Pandemie, besonders bei Aushilfen. Nick Schäfer von Wilma Wunder sieht eine Rückkehr der Studenten, doch die Suche nach Vollzeitkräften bleibt schwierig. Im El Burro gibt es inzwischen sogar mehr Bewerber als Stellen, so Mitinhaber Ilya Borisov. Eiskrub Breu setzt auf viele Vollzeitfestangestellte, um Fluktuation zu vermeiden und den Kontakt mit den Gästen zu intensivieren. Eine Mitarbeiterin des Cafés Extrablatt hebt hervor, dass der Job in der Gastronomie für Schüler und Studenten attraktiv bleibt, besonders wegen des Trinkgelds. Frank betont zudem, dass die Arbeit im Service Selbstbewusstsein und Auftreten stärkt. Blicken wir auf die Landespolitik. Bis November 2025 wird Roger Levens, der ehemalige rheinland-pfälzische Innenminister, vom Land ein Übergangsgeld bekommen. Bereits im Oktober 2022 ist er nach elf Jahren von dem Amt zurückgetreten und ist seitdem Abgeordneter der SPD-Fraktion im Landtag. Laut der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei hat er seit seinem Rücktritt 100.000 Euro vom Land bekommen. Zusätzlich zu dem Übergangsgeld für seine Zeit als Minister erhält er einen monatlichen Lohn für sein Mandat, die sogenannte Abgeordnetenentschädigung. Sein Sitz im Landtag sorgt jedoch für entsprechende Kürzungen des Übergangsgelds zwischen 50 und 70 Prozent. Bereits bei der ehemaligen Bundesfamilienministerin Anne Spiegel ist das Übergangsgeld ein Thema gewesen. Auch sie hat noch Anspruch auf das Geld. Beide sind im Zuge der Flutkatastrophe im Ahrtal von ihren Posten als Minister zurückgetreten. Im Moment ist Levens noch Landeschef der rheinland-pfälzischen SPD, wird dieses Amt jedoch bei einem Parteitag am 28. September an die SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag Sabine Betzing-Lichtentäler übergeben. Die ehemalige rheinland-pfälzische Bundesministerin Anne Spiegel-Grüne möchte bei der nächsten Bundestagswahl 2025 nicht mehr antreten. Das bestätigt Paul Bunjes, Co-Vorsitzende der rheinland-pfälzischen Grünen. Zuvor hat es viele Spekulationen gegeben, dass Spiegel einen vorderen Platz auf der grünen Landesliste bekommt, bestärkt durch den angekündigten Rückzug von Tabea Rösner. Im April 2022 trat Spiegel als Bundesfamilienministerin zurück. Grund dafür war die Aufklärungsarbeit des Untersuchungsausschusses zu ihrem Verhalten während und nach der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021. Der viele Regen der vergangenen Monate hat den Obstbauern in Hessen und Rheinland-Pfalz geschadet und zu Einbußen bei der Ernte geführt. In einer vorläufigen Schätzung erwartet das Statistische Bundesamt in Wiesbaden, dass die Erdbeerernte in ganz Deutschland auf einen Tiefstand schrumpft. Vorläufig deswegen, weil die Erdbeersaison offiziell erst im August endet. Wie der Hessische Bauernverband mitteilte, gehe man in einer Zwischenbilanz von rund 30 Prozent Einbußen bei der diesjährigen Ernte aus. Betroffen seien vor allem Freilandertbeeren. Ein weiterer Grund für den niedrigen Ertrag ist der Spätfrost, der in diesem Jahr eintrat, als die Pflanzen bereits blühten und diese beschädigte. Das Statistische Bundesamt rechnet dieses Jahr mit einer Ernte von etwa 70.000 Tonnen Freilandertbeeren. Damit läge die diesjährige Ernte sogar unter dem bereits spärlichen Ertrag aus dem vergangenen Jahr. 2023 wurden 92.700 Tonnen Freilandertbeeren in Hessen geerntet. In den Jahren 2018 bis 2023 seien es jedoch immer etwa ein Drittel mehr gewesen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeineminuszeitung.de. Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbarner Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.atvrm.de. Diese Isnch vielleicht auch immer noch zu sagen. Untertitelung des ZDF, 2020